Ciao Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute haben wir was ultra kreatives, Alter. Das hat UppRed und noch 10.000 andere Leute noch nie gemacht, meine Freunde. Wir spielen die Dropper-Map zu dritt. Mit dabei sind heute Odoma Piquet. Schmocki. Ja. Es ist saugeil, dass ihr dabei seid. Und Leute, jedes Mal, bevor wir einen Sprung machen, müssen wir uns gegenseitig sagen, wie viel V-Bucks man bekommt, wenn man runterspringt, ja? Schmocki, macht ihr einfach mal bereit. Und jetzt geht nämlich hier das große V-Bucks Jump Battle los, Alter. Let's go, Alter. Auf geht's. Okay, meine Freunde. Wir spielen heute die Dropper-Map und ich würde sagen, Jungs. Wer das Ganze hier zuerst jetzt schafft, von uns dreien, okay? Das erste Level kriegt von beiden erstmal 100 V-Bucks. Ganz easy, ganz easy. 100? 100 V-Bucks. Wir fangen langsam an und steigern uns immer, immer weiter, okay? Ja, let's go, Läger. Also, wir rechnen das V-Bucks einfach in Geld um, Leute, überweisen uns das Geld dann später oder donaten das bei Twitch oder, keine Ahnung, geben uns das unter der Hand. Jungs, ihr wisst, wie es läuft. Ja, wir machen nicht so auf denen, ne? Wie machen wir, Bruder? So, meine arabischen Brüder, Bruder. Habibi, du machst diese Hand auf und hast Geld drin. Und dann ist Geld drin. Okay, let's go, Alter. Ich würde sagen, ich habe noch nie so eine Map in Fortnite gespielt. Immer nur in Minecraft, Bruder. Das spielt sich aber genau gleich. Ja, bin schon gestorben. Tschüss, Baby. Nice, Baby. Ist egal, ist egal. Ich bin selber nicht gut darin. Deshalb habe ich auch zwei Leute gesucht, wo ich weiß, dass die krank schlecht sind. Oh, 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 ich hab's. Halt's Maul. Nein, wie hast du das geschafft? Ich schwöre euch, ich hab's, Digga. 100 V-Bucks in meinen Kasten. Nein, Digga, ja 200 sogar. 200, ne? 200, stimmt, Digga. Okay, Schmocki, warte, wo müssen wir anfangen? Wo geht man am besten runter? Welchen? Ich glaube, Odoman hat hier hinten was gemacht. Hier. Mhm, mhm. Bin ich da, Baby. Ach, Bruder. Warum ist der erste Dropper direkt so schwer, Digga? Hallo, wie soll das gehen? Junge, das ist einfach wieder die größte Müll-Map, Digga. Warum? Das ist das erste Level, was mich schon so ankotzt, wa? Man macht's beim ersten Versuch. Junge, das ist so lächerlich, Digga. Ja, aber wie soll ich da reinkommen, Digga? Ja, das hab ich mich auch gefragt. Odoman. Ja. Wie? Oder, guck mal, siehst du mich, siehst du mich? Genau, genau, komm. Ja, ja. Nein, guck mal, Digga, es geht nicht. Ich drücke nach vorne, aber er geht nicht weiter. Ich sterbe immer an der gleichen Stelle. Ich auch. Du musst mit A und D lenken. Hast du das so easy geschafft, Mann? Guck mal, egal, wie sehr ich lenke. Es reicht nicht, Mann. Okay, Revi, weißt du was? Was? Weißt du was? Wenn du's jetzt schaffst, kriegst du von mir 300 V-Bucks. Ja, okay, okay, nett, dankeschön, aber bringt nichts. Ich weiß jetzt, wie ich's mach, Revi. Es ist zu wenig! Revi, schau mal. Was? Ja, nein! Ich hab's echt fast geschafft. Ich hab's echt fast geschafft. Minimal, Digga, minimal. Wie, Schmocki, was hast du anders gemacht? Ja, ich, ich, ich geh nicht, also nach der zweiten Etasche geh ich nach vorne, sondern nach hinten. Wie nach hinten? In anderen Loch? Ja, also du schaffst, also so nach, ins andere Loch, genau. Also weiter, genau. Und jetzt dann nach hinten, weißt du? Nach hinten links oder so? Ja, nach hinten links, genau. Ah, okay. Da komm ich viel closer ran. Ja, Mann. Ja! 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 Boah, Bruder, endlich, Digga. Endlich, Junge. Als ob er meinen Tipp nimmt und ihn besser einsetzt, als ich. 300 V-Bucks. 300 V-Bucks auf deinen Nacken, Bruder. Ja, Mann, GG. Nice, Digga. Ja, kommst du mal, Schmocki, oder was? Ja, Digga, willst du mich ver... Okay, Schmocki, 500 V-Bucks, wenn du jetzt da runterkommst. Let's go. Echt? Okay, 1000 insgesamt, Schmocki. 1000 insgesamt, komm. Wir gehen schon mal kurz rüber, ja, Schmocki? Jo, alles klar, ciao. Ja, Moin, Digga. Das ist an der Stelle ja mal komplett hier bei diesem Ding hier, Alter. Das ist ja mal komplett. Okay, Schmocki, 1000 da auf deinen Nacken, komm, hast du, hast du am Konto. Wir müssen später nur auseinander dividieren, wer was bekommt. Ich würde sagen, wir nehmen einfach durch drei und dann... Revi, wenn du das Level schaffst, kriegst du von mir 750. Ja, Revi, wenn du das Level schaffst, Digga. 750, oh, juhm. 1K, Digga, von mir 1K. 1K, okay, okay, okay. Das ist schon gut, Digga. Mit 1000 V-Bucks kann man schon einiges anfangen. 1000 V-Bucks kann schon... 1000 V-Bucks reichen, um eine Familie zu ernähren, Bruder, du weißt. Du weißt, Herr Bibi. Okay, ich hab... Äh, warum bin ich jetzt wieder bei 1? Willst du mich mal arsen? Du hast Checkpoint nicht genommen, du jetzt. Digga! Niemals, niemals reicht es nochmal, ne, hundertprozentig. Doch, doch, er hat Checkpoint nicht genommen. Oh mein Gott, weißt du, wo du langst, Digga? Man muss durch diesen... Durch Container durch, ne? Durch Container durch, Digga. Oh, Digga, was? Digga, was? Halt's Maul. Nein, ich bin durchgekommen, aber ich bin aufgetreut, Digga. Aber genau von da hin. Oh, Junge, was? Okay, das ist anders, das ist anders schwer, Junge. Das ist geisteskrank, Mann. Ey, ich schwör, Odoman, wenn du das schaffst, 2000 V-Bucks. 2000? Ja. Okay, Bruder. Nein! Nein, so knapp. Ich war unten. Schmocki, was geht bei dir? Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft jetzt. Hast du nicht, oder? Nimm den Checkpoint, Schmocki, nimm den Checkpoint. Okay, warte, warte, wir machen eine Ansage. Odoman, 3000 V-Bucks, komm, let's go. 3000? Ja. Let's go. Schmocki, äh, Rewe, wenn du kommst, kriegst du auch 3000. Ich hab's geschafft. Nein! Ah! Ich war, ich war ein... Ey, komm, ich sag, Schmocki, wenn Schmocki jetzt... 10.000, 10.000. 10.000. Ich geh 10.000, wenn ich oben. 10.000 V-Bucks, Schmocki. Nein, nein, wenn du first try machst, Digga. First try, kriegst du 10.000? Okay, warte, ich tanze noch. Alter, Rewe, wir haben dir gestorben, Alter. Warte, 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 warte. Ey, belastend, Mann. Schmocki, nicht springen, nicht springen. Okay. 10.000, Schmocki. 10.000, komm, komm. Ich sag dir nur, wo du hin musst, okay? Guck mal, siehst du unten? Nein. Nein! Oh mein Gott, das war gar nicht so schlecht. Jungs, ich bin weh, ich bin der 1. Baby, das Spiel eigentlich verarscht. Wo ist denn dieser Checkpoint? Der ist direkt da zu sehen, Bruder. Ey, Digga. Der ist direkt auf dem Weg. Rewe, Rewe, wenn du mich hier rausholst, kriegst du von mir 1.364.223 V-Bucks. Wie soll ich dich da rausholen? Ich kann nichts machen. Es gibt keine Slecht-DP, wir sind nicht bei Minecraft so. Rewe, das geht gar nicht. Nein! 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 Okay, Bruder, der Part, wenn man unten ist, ist unglaublich, Digga. Was macht man da, Digga? Okay? 20.000 V-Bucks, Digga. 20.000 V-Bucks, 20.000. 20.000 V-Bucks, auf meinen Nacken, Digga. Okay, 40.000 V-Bucks für denjenigen, der es zuerst schafft. Es gibt noch einen zweiten Weg, Digga. Da bist du nicht so abgekantet, Digga. Komm mit, komm mit. Ja, da. Guck mal. Siehst du da? Du kannst zwischen die Autos und dann durch die Tür. Boah, war das knapp. Boah, war das knapp, Junge. Das war richtig knapp bei mir. Wie du kannst zwischen die Autos. Das war richtig knapp. Ja, das war richtig knapp. Boah, war das knapp. Jungs, krieg ich 5.000 V-Bucks, wenn ich das erstes schaff? 5.000? Ich hab erst mal 80.000 gerade am Konto, Junge. Let's go, Alter. Also krieg ich 80.000. Nein. Warum wolltest du meine V-Bucks bekommen? Okay, komm. Ihr müsst mir ein bisschen was geben. Okay, 10er. 10k von mir. 10k? 5k von mir. Geschafft! Was? Nein. Nein. Da sind die V-Bucks. Ach, was Digga. Ich warte um den Tanz, ne? Wo denn, Junge? Wo, wo, wo? Sag wo. Einfach geradeaus durch. Geradeaus durch. Ganz am Anfang, oder? Ja, ja, ja. Odo, Mann, 100.000 V-Bucks, wenn du das jetzt schaffst. 100.000, wenn einer von uns das schafft, Digga. Ich weiß, wo es ist. Ich seh's, ich seh's. Ja, 10 ist nicht das Problem, Junge. Digga, es ist jetzt 50 drauf. Wir sind bei 150.000. 150.000 V-Bucks. Ja, moin, Digga. Kann ich sein, das Schmocki, das du erst geschafft hast. Das geht nicht. Freunde, es war so Pippi-Bucks. Also wirklich, es war einfach nur easy. Rebi, ich hab's. Was? Rebi, 150 meins. 150 V-Bucks. Was muss ich machen, Mann? Ich hab keinen Bock mehr. Nein, Digga, was? Ich seh hier nichts. Ich seh hier nichts. Ich kann das nicht erkennen. Digga, ich geb dir 150. Also meine 150, die ich gerade bekommen hab, wenn du es jetzt schaffst. Rebi. Du kriegst von mir 23.000 V-Bucks. Mein, haltet ihr das Maul. Das ist der Weg. Da musst du wieder zurück, Rebi. Ja, Digga, es geht nicht. Vor, zurück, vor. Doch, nur W und S. Lächerlich, lächerlich. Lächerliche Map, lächerliche Map. Mach einfach, mach einfach. Was? 200.000 V-Bucks für den Arsch, Digga. Jetzt spring geradeaus. Guck, wie soll ich da unten landen? Da ist keine Platte, Mann. Schwör, ich rast dir komplett aus, Mann. Junge, Mann, ist das nervig, Alter. Bastard-Level, Mann, ich schwör es dir. Ihr kriegt von mir 35.000 V-Bucks, wenn ihr mich einholt. Digga, wenn wir dich einholen, Digga. Wenn Rebi jetzt dich noch einholt, kriegt Rebi von mir eine Million. Eine Million V-Bucks. Eine Million V-Bucks. Eine Million V-Bucks. Eine Million, sagst du? Eine Million, Digga. Sorry, das kann ich mir nicht leisten. Okay, aber dieses Level macht keinen Spaß, ne? Okay, wo bist du? Du hast Level 4 auch schon? Ja, Level 4 ist easy. Was hast du? Level 4 ist easy. Er ist schon bei Level 5. Ich warte auf euch gerade bei Level 5. Also eine Million, wenn du es jetzt first try machst. First try? Ja, first try. Ja, auf Wiedersehen, ciao. Rebi, ich sag dir den Weg, okay? Was? Also du musst reinhüpfen diesmal, nicht reinfallen. Du musst in die Mitte hüpfen und dann nach rechts außen ziehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Weißt du ungefähr, was ich meine? Auf Wiedersehen, jaja, auf Wiedersehen. Komplettes Auf Wiedersehen. Digga, das ist ein Dreieck hier parallel zu haben, Digga. Digga, das macht meinen Kopf ja komplett kaputt, dieses Level. Ah, ich weiß nicht. Wir müssen recht in die Ecke, Schmocki hat recht. Jungs, Level 5 ist das Schlimmste, was es gibt. Nein, 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 nein. Wenn du jetzt Level 5 machst, 2 Milliarden V-Bucks. Was? 2 Milliarden? 2 Milliarden? 2 Milliarden V-Bucks, 2 Milliarden V-Bucks, 2 Milliarden V-Bucks, 2 Milliarden V-Bucks. 2 Milliarden V-Bucks. 2,5 Milliarden. Meine Fähigkeit, Tiefen zu erkennen, ist weg. Das Level 4 ist ein Witz gegen Level 5. Ein Witz. Level 5 geschafft, let's go, baby. Ich hab's fast, ich hab's fast, ich hab's fast, das ist easy. Kommst du hier anlauf nehmen? Ja. Zack. Durch dieses Loch hier hinten. Ne, das war das Falsche. Wie viel Level gibt es, Schmocki? 10? Ich bin jetzt bei 6, ich bin jetzt bei 6. Ey, du hast 5 nicht geschafft? Ja, aber ultraschwer. Ey, ich hab keinen Bock mehr, Mann! Bei wie viel sind wir jetzt 2,5, ne? 2,5 Milliarden. Ja. Weiß ich noch, Digga. Jungs, wenn ihr es schafft, mich zu überholen, kriegt ihr von mir eine Billion. Eine Billionen? Eine Billion. Eine Billion V-Bucks. Eine Billion V-Bucks. Das ist mein letztes Angesuch. Rewi, Rewi, lass zusammen an einem Strang ziehen. Wir schaffen nicht mal Level 4, Alter. Ja, oh. Ich erkenne keine Tiefen mehr, Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich seh nichts mehr. Meine Fähigkeit zu denken, sind eingeschränkt. Wirklich. Also vorher auch schon, aber jetzt noch mehr. Ey, ich schwöre es dir, Mann. Das ist jetzt geschafft. Halt deine Fresse, Mann. Halt small, Digga. Ach, der steht die ganze Zeit unten bei Level 4 und tut so. Nein, das ist so. Ne, ich höre auf, Digga. Es gibt Level 7. Ich beende es jetzt. Leute, ich beende es jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Nein, ich schwöre dir, ich habe keinen Bock mehr. Wir sitzen jetzt seit einer ver-f***ten Stunde sitzen wir hier dran, ja? Seit einer gottvollerabten Stunde, Digga. Ich habe keinen Bock mehr. Ich meine es ernst. Ich meine es so, wie es ist, Digga. Ich habe keinen Bock mehr. Wir werden das jetzt hier. Schmocki, danke für deine 20 Billiarden V-Bucks, Alter. Steckst du mir bitte sonst in dein kleines, ekelhaft, verdreckstes Loch, Alter, aus dem deine Kacke kommt, Junge. Ich habe keine Lust mehr. Nein, wirklich, Digga. Axel Voss ist mein Vater, wenn ich das schaffe, Digga. Ich habe keine Lust mehr, Digga. Nein, Mann, mir reicht es. Leute, ich beende jetzt hier. Auf Wiedersehen. Zurück zur Insel. Tschüss, das war's. Ich bin raus. Nein, nein, es reicht mir, Digga. Es reicht mir. Diese Map werde ich nie wieder in meinem Leben spielen. Da ist jeder Deathrun, Digga. Ist angenehmer als dieses Müll. Dieser Müll, Alter. Leute, ich bin raus. Macht's gut. Schaut auf jeden Fall bei Odeman vorbei. Danke für die ganzen Billionen V-Bucks, Digga. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Nutz meinen Creator-Code. Halt's Maul. Super. Ciao.